Hi Leute, heute werde ich euch zeigen, wie ihr diese Uhr hier, also das Design dieser Uhr hier verändern könnt. Das habe selbst ich erst nach einiger Zeit herausgefunden. Es ist aber sehr interessant, dass es geht. Und zwar machen wir zuerst einen Rechtsklick auf die Uhr. Und jetzt gehen wir auf Optionen. Hier sehen wir jetzt zwei Pfeile. Mithilfe dieser Pfeile kann ich jetzt ein Design für die Uhr wählen. Beispielsweise dieses süße Knuddelmonster oder was auch immer das sein soll. Knuddelmonster. Oder diese Uhr hier, die so aussieht wie die Uhr, die man auf vielem Bahnsteig sehen kann. Ich entscheide mich mal für diese Uhr, weil ich das Design einfach sehr cool finde. Jetzt bestätige ich mit OK. Und schon hat meine Uhr das andere Design. Was ich jetzt bei diesem Design natürlich schade finde, ist, dass diese kleinen Zeigerchen sich nicht mitdrehen. Aber ich denke, das wäre nicht so leicht zu realisieren gewesen für Microsoft. Ja, und das war es auch schon.